Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 16. November 2016. Mein Name ist Norbert Giesow. Kommunikation ist das Thema der letzten Tage und auch heute, denn der Mond läuft weiterhin heute durch das Zeichen Zwillinge, was eben für die Selbstdarstellung, aber auch für die Kommunikation, für den Austausch mit anderen steht. In eine ähnliche Richtung weist auch Merkur, der hier der Sonne voraus im Schützen läuft. Auch er steht für Kommunikation, für den Austausch, der zu Erkenntnissen und Einsichten verhelfen soll. Es macht also in diesen Tagen durchaus Sinn, wenn wir vielleicht vom Druck des Alltags oder unseren eigenen Problemen wie erdrückt sind, auch einmal große Gedanken zu denken, sich mit Philosophie oder Spiritualität zu beschäftigen und uns einmal eingebettet zu sehen in größere Zusammenhänge, was manchmal den kleineren Dingen so ein wenig ihren Stachel nimmt. Und Merkur läuft dabei auf das Quadrat zum Neptun in den Fischen zu. Ein Aspekt, der am Freitag exakt ist, aber jetzt schon wirkt, was eben bedeutet, einerseits mit Merkur, Neptun tatsächlich eben auch religiöse Gedanken zu denken, sich damit zu beschäftigen, Religion im Sinne von Rückbindung sozusagen, also einmal den Gedanke, den Intellekt, den Geist einmal von seiner ständigen Beschäftigung mit dem Alltag, der Vergangenheit und Zukunft einmal abzuziehen und ihn tatsächlich einmal auf größere Zusammenhänge zu bringen, auf das, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der tiefere Sinn des Lebens. Das ist so eine Sache. Andererseits kann Merkur und Neptun aber auch bedeuten, dass wir in gewisser Weise unklar sind. Vielleicht sollten wir dann in den nächsten Tagen sehr vorsichtig sein, mit wichtigen Entscheidungen und auch nicht jedem alles glauben, was er oder sie uns erzählt. Der Mut, wie gesagt, heute im Zwilling bedeutet auch, wie ich gestern schon sagte, uns immer wieder zu überlegen, ob das, was wir tun wollen oder was wir im Geiste beabsichtigen oder aber auch in unserem Austausch mit anderen Menschen, ob das, was dabei passiert, heilsam, positiv für uns ist oder unheilsam. Dabei geht es gar nicht darum, schon die Sache an sich zu vermeiden, sondern erstmal überhaupt das festzustellen. Weil manchmal sind wir vielleicht überrascht, dass manche Dinge einen doch heilsamen Effekt haben können und andere einen eher unheilsamen. Dann, wenn wir das wissen, können wir natürlich daran gehen, die unheilsamen Momente und Impulse zu verringern in uns, damit mehr Positives in uns wachsen kann. In der Nacht zum Donnerstag um 1.57 Uhr schließlich wechselt dann der Mond in den Krebs, sodass wir morgen und auch am Freitag den Mond im Krebs haben. Sozusagen dann nochmal Sonde und Mond in Wasserzeichen, also eine stärker emotionale Prägung, auf die ich dann morgen eingehen werde. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.